Eine Britin ist schwanger geworden und das Besondere dabei, sie ist keine Teenagerin, sondern schon 66 Jahre alt. Ich finde das gut. Leute sollten erst Kinder kriegen, wenn sie aus den Gröbsen raus sind. Vieles wird einfacher. Sie muss nicht aus dem Beruf aussteigen und beide können Brei essen. Morgen geht's weiter.